Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch was anderes? Sie haben recht, lassen wir die Karten entscheiden Full House, mit Assen und Achten Wenn das alles ist, war Ihr Gequassel interessanter Vier Sechsen Ich hab noch was Besseres Ruhig bleiben! Feier! Damit kommen Sie niemals durch Wer sollte uns denn daran hindern? Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Der Sinn des parlamentarischen Regierungssystems besteht In der Hauptsache darin, mich zu Tode zu langweilen Sie sind verbunden mit der Lösung Ihrer Probleme Privatdetektei Grant, Logan und Kompagnon Hier spricht Gordon Dubelko von den Skyline Film Studios Es geht um eine äußerst dringende und verzwingte Angelegenheit Können Sie mich wohl so schnell wie möglich aufsuchen? Ripley, Gott sei Dank hab ich dich noch erwischt, bevor du gehst Jeremy hat mich gefragt, ob ich ihm in Mathe helfen kann Das passt ja großartig Meinst du, du könntest auch bei ihm zu Abend essen? Ich weiß, ich soll erst meine Hausaufgaben machen, aber Was hast du gesagt? Falls Jeremy's Mutter nicht erlaubt, dass du mitisst Dann backt ihr die Pizza auf, die im Kühlschrank ist Es wird sicher spät Was wird sicher spät? Weißt du, ich werde heute länger im Büro bleiben müssen Es ist viel zu tun Wer ist das? Das ist Fred, wir fahren zusammen Mach's gut, Schatz, ich muss gehen Sparen Oder nicht sparen Das ist hier die Frage Ob es von edlerem Gemüt zeugt, den Falschern und Schakalen klaglos auch die frechsten Preise zu bezahlen Oder sich waffnen gegen eine Flut von überhöhten Preisen, mittelmäßiger Ware und unfreundlichen Verkäufern Widerstand zu leisten und solchen Wucher nicht mehr mitzumachen Wir nehmen den Kampf gegen die großen Supermarktketten auf Bei Williams Quickshop bekommen sie nur ausgesucht frisches Fleisch und Gemüse zu ausgesucht fairen Preisen und das ist nicht alles Treuer Jorik, dein Haupt ist so glatt Auch du bekämpfst Williams Rabatt Danke So, der ist im Kasten, ihr könnt schon mal abbauen Moment, ich glaube, ich würde es lieber gern nochmal versuchen Ich meine, der leidenschaftliche Zorn, den Hamlet gegen den Wucher der Konkurrenz hegt Hat man den auch deutlich genug gespürt? Oh ja, klar Hat es auch glaubwürdig gewirkt Ja, ja, es war perfekt Ich könnte die Rolle noch verzweifelter gestalten Ich kann sehr verzweifelt sein Glauben Sie mir, es war verzweifelt genug Sie waren hervorragend Mann, dank Hast du nicht gesagt, dass Macbeth heute dran ist? Der war schon Deshalb liebe ich diese kurzen Auftritte so Ich spiele alle großen Theaterrollen an einem Tag Ein Morgen, ein Morgen, ein Morgen Riecht so mit Schneckenschritt von Tag zu Tag Bis an das Ende allen Zeitenlaufs Und alle Supermärkte von Williams stehen Tag für Tag zu ihren Diensten Tja, wenn das so ist, gebe ich dir die Nachricht von den Skyline Filmstudios eben nicht Skyline Filmstudios? Endlich, endlich ist es soweit Gordon Dubeuco will mich haben Oh, RIP! Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Es bedeutet, dass wir einen Fall haben Es bedeutet nicht, dass wir einen Fall haben Es bedeutet, dass ich für eine Rolle bei den Skyline Filmstudios vorsprechen soll Aber Gordon Dubeuco hat angerufen, weil er einen Detektiv braucht Na ja, da hätte er doch gar keine bessere Wahl treffen können Ich bin schließlich die Verkörperung des klassischen Detektivs Er hat mich nach einer Verkörperung verlangt Er will einen Profi Wir bauen das langsam auf Zu Anfang ein paar kleinere Filme, damit das breite Publikum sich an mein Gesicht gewöhnen kann Und dann kommt ein großer Durchbruch, der Knüller Ich weiß nicht so recht Dafür weiß ich es umso genauer Ich meine, RIP, sieh mich doch bloß mal an Findest du nicht auch, ich bin der ultimative Detektiv schlechthin? Ich begleite dich vielleicht, nur zur Sicherheit Ich schaff das sehr gut allein Ich bin ja schließlich ein alter Hase Darf ich mal? Ach, Entschuldigung Dann steck dir das Mikrofon hier an Sodass ich mir zuhören kann Oh natürlich Ich garantiere dir, mein Vortrag wird glänzend ankommen Falls du Hilfe brauchst, steck dir den Knopf hier ins Ohr Dann kann ich dir im Notfall soufflieren Dein Wunsch ist mir Befehl, RIP Auch wenn ich nicht denke, dass ich deine Hilfe brauche, was die Schauspielerei angeht Gordy Alter Junge, sie sehen fantastisch aus Sie sind schlanker geworden Kenne ich den Mann? Das ist Grant Logan, Sir Ach, natürlich Der Detektiv, den ich angerufen habe Der ultimative Detektiv Aber freuen Sie sich nicht zu früh, Gordy? In Bezug auf die Sachen, die ich annehme, bin ich sehr wählerisch Sie müssen wissen Ich bin ein absoluter Volldofi, Profi Schön, das zu hören Sie können die Tür zumachen, Martha Dann kommen wir am besten gleich zur Sache Nur zu Wo ist der betreffende Text? Sie sind wirklich gut Woher wussten Sie, dass es um ein Manuskript geht? Der Überfall auf den Golden Rail Express Die ganze Wahrheit ans Licht gebracht von Sammy Backlern Hier drin geht es um einen Zug Doch nicht um irgendeinen Zug Um den Golden Rail Express Allerdings ist dieser Zug natürlich nicht einfach nur irgendein Zug Der Golden Rail Express ist etwas Besonderes Er war anders als andere Züge Und dennoch, obwohl er so einzigartig war Bewahrte er sich, was für ein Zug das Wesentliche ist Ein Zug zu sein Das ist einer der größten ungelösten Kriminalfälle des Jahrhunderts, Grant Das hier ist wahrscheinlich einer der größten ungelösten Kriminalfälle des Jahrhunderts, Grant Hier, garantiert Wussten Sie das oder etwa nicht? Ich will die Filmrechte an dem Buch kaufen Aber der Autor Sammy Backlern ist leider verschwunden Und ich muss ihn finden, bevor er jemand anderes findet Engagieren Sie doch einen Detektiv? Das tue ich ja eben Gut Ich wollte Ihnen bloß den Rat geben Welche Rolle spiele ich? Ich will, dass Sie den Autor finden Sie wollen mich engagieren? Für die Suche nach einem Schriftsteller? Ist das ein Problem für Sie? Die zwei Räuber haben sich damals als Fahrgäste ausgegeben Sie wurden noch im Zug geschnappt, aber das gestohlene Geld und das Gold wurden nie gefunden Es heißt, Sie hätten einen Komplizen gehabt, der aus dem Zug gesprungen ist Er hat wahrscheinlich die ganze Beute mitgenommen Ich fasse es nicht Wenn Sammy Backlern wirklich den dritten Mann gefunden hat und das gestohlene Gold auch, dann wäre das die Lösung eines der rätselhaftesten Kriminale Diese Demütigung Sag mal, hast du mir überhaupt zugehört? Der hat mich nicht mal erkannt, dieser Gordon Dubelko Er wusste nicht, wer vor ihm steht Nun reg dich doch nicht so auf, das kann doch jedem mal passieren Ah, das finde ich nicht So ein Ignorant, der nicht erkennt, wenn er einen Schauspieler meiner Klasse vor sich hat Sollte kein Filmstudio leiten Das ist doch jetzt unwichtig Wir haben einen Fall Und der wichtigste Anhaltspunkt ist Sammy Becklins Buch Vorsprechen für die Rolle des Nick Stryker Grant, kommst du? Äh, geh du ruhig schon vor Ich, äh, ich hör mal, was die Leute hier so reden Was sollen sie denn reden? Und welche Leute? Schreib mal, was die Leute hier so reden Und welche Leute zu meinen, die Leute hier so denn Willst du nicht für heute Schluss machen? Du arbeitest schon den ganzen Abend. Ja, und ich habe immer noch reichlich zu tun. Das kenne ich gut. Wenn ich mal fehle, dauert es ewig, bis ich den Stoff aufgeholt habe. Was du nicht sagst. Das ist eben die Rache dafür, dass man geschwänzt hat. Allerdings würde ich natürlich nie einfach blau machen, ohne Entschuldigung. Was hat dieses Benehmen zu bedeuten? Nichts. Ich habe mich nur gefragt, in welchem Film du warst. Wieso glaubst du, dass ich im Kino war? Ach, weißt du, es ist mir aufgefallen, dass da Popcorn-Krümel auf deiner Jacke waren. Und außerdem ein braunes Haar. Ein Haar? Ja, ein dünnes, glattes Männerhaar. Von Fred wahrscheinlich. Vielleicht hat er sich bei dir angelehnt. In deiner Jackentasche habe ich dann auch die Kinokarte gefunden. Du sammelst Haare von meiner Jacke und durchsuchst meine Taschen? Die Spuren waren eindeutig. Ich wusste sofort... Was fällt dir ein, mir nachzuspionieren? Es ist mir von Anfang an eigenartig vorgekommen, dass du mich... Ich will keinen Ton mehr hören. Geh in dein Zimmer. Wir unterhalten uns morgen darüber. Hallo? Hallo? Die zwei Neandertaler in ihren 10-Dollar-Anzügen standen plötzlich vor meinem Schreibtisch. Wir wollen Antworten hören, grunzte Rocco. Da kann ich euch nicht helfen, knurrte ich zurück. Aber wenn ihr beiden mich ganz nett fragt, dann zeige ich euch, wie man mit zwei Stöcken Feuer macht. Ich warf ihnen ein dünnes Lächeln zu. Ohne Vorwarnung kam Roccos linker Haken. Gefolgt von einem rechten Haken. Also packst du jetzt aus, Jorica? Fragte er. Ich wischte mir das Blut vom Kinn und sah Toni voller Verachtung tief in die Augen. Hören Sie zu, Sie dämlicher Trottel. Hier im Haus sind Tiere verboten. Also verschwinden Sie mit Ihrem Gorilla. Rocco ließ mich über die Couch segeln. Hervorragend. Jeden Tag als erstes isotonisches Training. Das tut gut. Was suchst du hier? Ich hab Sammy Berglins Buch gelesen. Er hat tatsächlich rausgefunden, wer der mysteriöse dritte Mann damals war. Der Maschinist des Zugs, Martin McBain. Verständige die Presse. Ich schlafe noch ein bisschen. Nach der Morgengymnastik brauche ich dringend Ruhe. Berglin weiß auch, wie das Ding gedreht worden ist. Die Räuber haben die gesamte Beute nach vorne in die Lok geschafft. Und sich wieder auf ihre Plätze gesetzt. McBain hat dann das Geld und das Gold aus dem Zug geworfen. Irgendwo in die Büsche. Er hat es angeblich später vergraben, heißt es. Dann wird er das wohl haben. Jetzt hör doch erst mal zu. Der Zug blieb nach dem Raub noch ein paar Jahre im Einsatz. Und McBain mit ihm. Nach Berglins Ansicht hat McBain dann nach einer Weile seinen eigenen Tod vorgetäuscht und ist mit dem Geld verschwunden. Na sieh einer an. Berglin hat ihn aufgespült auf irgendeiner tropischen Insel. Und unter der Bedingung, dass er niemandem verrät, wo McBain ist, hat der ihm alles erzählt. Vielleicht ist Berglin noch auf der Insel. Ist ja auch schön da. Mach's gut. Verstehst du denn gar nichts? Berglin sagt, er weiß, wo die Beute ist. Das bedeutet, jede Menge Leute werden hinter ihm her sein. Gut. Wenn so viele hinter ihm her sind, wird ihn da wohl bestimmt einer finden, während ich im Bett liege. Also schön, geh ruhig ins Bett. Und träumt von all den wunderbaren Rollen in den großen Filmen, die Gordon de Berglin dir gegeben hätte. Wenn's dir gelungen wär, Sammy Becklin zu finden. Worauf warten wir eigentlich? Ein Autor wird vermisst und kostbare Minuten für Streichen ungenutzt. Niemals ohne Hosen ausgehen. Alles in Ordnung, Grant? Ich bin voll da. Willst du den Kerl denn nicht verfolgen? Meine schöne Nase. Schau sie dir an. Sie sieht grauenhaft aus. Das ist nur eine kleine Schwellung. Du wirst es überleben. Ja, ich werd's überleben. Aber wer will einen Schauspieler mit Kürbisnase? Du verstehst das natürlich nicht. Ohne sein Gesicht ist ein Schauspieler nichts. Gar nichts. Und gerade die Nase ist so wichtig. Sie ist es, die der Darbietung eines Künstlers ihren Atem verleiht. Reg dich ab. In ein paar Tagen ist deine Nase nicht mehr geschmollen. Ich muss aber morgen schon vorsprechen. Auweia. Das hilft dir gar nichts, Stein. Auweia. Ich weiß schon längst, dass du dich für die Rolle des Nick Stryker bewirbst, während wir mitten in einem Fall stecken. Diesmal wird es klappen, Rip. Ich muss die Rolle bekommen. Sie ist wie geschaffen. Für mich. Nick Stryker war... Ich kenn ihn. Ich hab alle Bücher gelesen. Ein knallharter Privatdetektiv aus New York, der in den 40er Jahren gelebt hat. Ja? Und in mir wird er wiedergeboren. Es gibt außer mir keinen anderen, der Nick Stryker spielen könnte. Hast du auch vor, zu humpeln und zu lispeln wie er? Humpeln und lispeln? Nein, wahrscheinlich lässt du das weg. Wenigstens weiß ich jetzt, wo Sammy Becklin ist. Wovon sprichst du? Sammy Becklin ist nicht entführt worden. Nein, ich meine in Bezug auf Nick Stryker. Seine Koffer sind verschwunden. Da liegen Köder rum, aber keine Angelrouten. Er ist zum Fischen gefahren. RIP? Und mit solchen Spinnködern angelt man, soweit ich weiß, vor allem Schwarzbarsche. Also ist klar, wo er zu suchen ist. Ich will jetzt wissen, wieso er humpelt und lispelt. In den letzten drei, vier Büchern der Reihe, nachdem Stryker angeschossen wurde, da ging es ihm nicht mehr so besonders gut. Aber vielleicht ist das in der Fernsehfassung anders. Komm, wir haben noch jede Menge zu tun. Jaja. Das Lispeln muss ich dringend üben. Nur zur Sicherheit. Als sie ins Halbdunkel meines stickigen Büros trat, konnte ich spüren, wie mir der kalte Schweiß ausbrach. Lächelnd sagte ich zu ihr, Lassen Sie sich eins von mir gesagt sein, Schätzchen. Die Frau, die Nick Stryker an die Kette legt, die wurde bisher noch nicht geboren, klar? Ich ging rüber zu ihr und sah sie mir an. Ja, sie war hinter mir her. An der Art, wie sie mich ansah, erkannte ich es. Ich schüttelte mich, um ihren Bann zu lösen. Sie lehnte sich sanft an mich. Hat Ihnen schon mal eine Frau gesagt, dass Sie ein Mordskerl sind? Schnurrte sie mir ins Ohr und tätschelte zärtlich die Aufschläge meines Jacketts. Ein Jackett. Ein Jackett. Ein Jackett. Ein Jackett. Ja, süßes. So. Ein Jackett. Schön und weiter. Da stand ich nun. Ein Meter neunzig groß und voller Muskeln. Diesen Augen so blau wie Gebirgssehen widerstand niemand. Das dichte schwarze Haar auf meinem Kopf glänzte wie Ebenholz. Sekunde. Na bitte. War es nicht ganz natürlich, dass jede Frau die Sehnsucht hatte, gehalten zu werden von diesen starken Armen? Als sie mit ihren zarten Händen über mein Gesicht strich, fiel mein Hut auf den Fußboden. Ein Hut. 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 Es ist frappierend, wie genau dieser Mann mich mit seiner Beschreibung getroffen hat. Der Großmau-Schwarzwasch hält sich am liebsten in seichten, stehenden Gewässern auf. Deren Temperatur nicht mehr als... Der Sinn des parlamentarischen Regierungssystems besteht vor allem darin... Ripley, wir sollten uns unterhalten. Ach, unbedingt jetzt, Mom. Ich hatte eigentlich vor, diesen Aufsatz zu schreiben. Jetzt komm nicht damit, du brauchst dafür höchstens eine halbe Stunde und so viel Zeit bleibt dir auch noch nach unserem Gespräch. Ich finde es unmöglich, was du gemacht hast. Das war wirklich nicht fein. Entschuldige. Aber ich hab darüber nachgedacht und ich glaube, ich hab mich auch falsch verhalten. Im Ernst? Ich fand es einfach noch zu früh, dich mit Fein bekannt zu machen. Ich wollte mir erst darüber klar werden, wie stark eigentlich meine Gefühle für ihn sind. Diese Entscheidung war wohl falsch. Jedenfalls wollte ich dich nicht hintergehen. Ist schon gut, Mom. Lass dir ruhig Zeit damit. Nein, nein. Ich will das wieder gut machen. Ich hab für uns drei Morgen ein kleines Picknick geplant. Ein Picknick? Aber wieso denn? Damit du Fred kennenlernst. Ich hab gedacht, dass du ganz versessen darauf bist. Ja! Nur, äh, gleich morgen? Das geht so schnell. Ich, äh, ich glaube, du hattest recht. Dafür ist es noch zu früh. Ach, Unsinn. Jetzt wurde von Fred weiß, da möchte ich euch zwei auch zusammenbringen. Du sollst auf keinen Fall glauben, dass ich irgendetwas hinter deinem Rücken tue. Nein, ähm, ich finde dieses Picknick nur total unnötig. Oh doch, es ist nötig. Uns beiden wird es bestimmt gut tun. Oh, klasse. Hallo? Irgendjemand hier? Grant Logan? Äh, ja? Ich geh auf Tuchfühlung mit meinen Zuschauern. Für mich ist das sowas wie ein Ritual geworden. Wir wissen, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Sehr gut, dann sind Sie ja im Bilde. Ach, äh, achten Sie nicht auf meine Nase. Ein Bienenstich, das wird wieder. Sollen wir lieber gleich zur Sache kommen oder wollen Sie unsere Fragen beantworten? Ich komme gern gleich zur Sache, wenn Sie so fragen. Durch meinen Auftritt erledigen sich die Fragen von allein. Große Worte. Ehrlich gesagt, ich würde mich gern zuerst etwas warm spielen, wenn's recht ist. In Ordnung. Also, Sie sagen uns jetzt mal schön, was Sie wissen. Und wenn mir nicht gefällt, was ich höre, dann müssen wir leider ernst werden. Wir wollen Antworten hören. Oh, ja, O-M, genau. Das Stichwort, hervorragend. Wir wollen Antworten hören. Moment, Moment, Moment. Da kann ich euch leider nicht helfen, Jungs. Aber wenn ihr beiden mich ganz nett darum bittet, dann bringe ich euch vielleicht bei, wie man mit zwei Stöcken Feuer macht. Wie wär das? Nicht so doll. Ist das denn nicht ein wenig zu realistisch? Nein, packen Sie jetzt aus. Hm. Hören Sie zu, Sie dämlicher Trottel. Hier bei uns im Haus sind Tiere verboten. Also machen Sie und Ihr Gorilla mal einen Oberflottenabgang. Moment, 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 warten Sie doch. Jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß, was Sie wollen. Sofort. Hören Sie zu, Sie dämlicher Trottel. Hier bei uns im Haus sind Tiere verboten. Also machen Sie und Ihr... Haben Sie jetzt genug? Sagen Sie uns endlich, wo wir Becklin und das Gold finden. Sie meinen, Sie sind nicht für die... Sie sind gar nicht für die Besetzung zuständig? Ken, erklär es ihm. Ken und ich, wir sind höchstens für Ihre Beisetzung zuständig. Also, ich will jetzt endlich eine Antwort. Wo ist Sammy Becklin? Wie viele Schauspieler sprechen heute vor, Rhonda? Wir haben heute zwölf auf der Liste, Mr. Sawyer. Die restlichen sehen wir uns dann morgen an. Oh! 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 Vergessen Sie die anderen. Ich bin Ihr Mann. Grant Logan. Bekannt von Bühne, Film und Fernsehen. Stimmt mit Ihrem Gesicht irgendwas nicht? Keineswegs. Wieso verbergen Sie es dann? Ich möchte, dass es morgen, wenn ich vorspreche, noch neu für Sie ist. Bis dahin. Adieu. Womit habe ich das verdient? Hast du die Rolle? Das stellt sich morgen raus. Wie es war, kannst du mir im Auto erzählen. Wir müssen noch vormittag in Westerly sein. Wieso? Was ist denn in Westerly? Sammy Becklin. Der Großmaul-Schwarzbarsch hält sich am liebsten in kühlen stehenden Gewässern auf. Der einzige See, der die richtige Temperatur um diese Jahreszeit hat, ist in der Nähe von Westerly. Und wieso ausgerechnet vormittag? Na, weil ich Hunger habe. Und ich hoffe, Sammy Becklin auch. Das ist schauderhaft. Ach komm schon, so schlimm siehst du auch wieder nicht aus. Das meine ich doch gar nicht. Ich meine das Buch. Das ist totaler Humbug. Die brütende Augustsonne leckte über meinen Rücken, als ich mir einen Weg durch den wilden Dschungel bahnte. Jede Schlingpflanze konnte sich als todbringende Mamba entpuppen. Nur die Gewissheit, dass McBain und sein Schatz am Ende dieses langen, qualvollen Weges standen, trieb mich weiter. Du hast recht. Natürlich habe ich das. Autoren taugen zu nichts und wieder nichts. Das habe ich als Schauspieler gelernt. Alle Drehbücher, mit denen ich es zu tun gehabt habe, musste ich überarbeiten. Toll. Kannst du auch mein Leben überarbeiten? Mit Vergnügen. Ich fange mit deiner Garderobe an. Oh, ich muss mich korrigieren. Lieber mit deinem Sinn für Humor. Könntest du mal lachen? Worüber denn? Dass wir die lange Fahrt hier rausgemacht haben, hat nichts gebracht. Und was erwartet mich, wenn ich nach Hause komme? Ein Picknick. Ein Picknick? Mit Fred, dem Freund meiner Mutter. Das ist ja entsetzlich. Oh ja. Die wollen viel lieber allein sein. Ich habe sie quasi gezwungen. Wieso, wenn du gar keine Lust hast, mitzugehen? Sie war irgendwie so anders. Und ich wollte den Grund dafür wissen. Ich hatte auch ganz schnell raus, was dahinter steckt. Sie hat einen Freund. Und jetzt, wo ich es weiß, will sie uns zusammenbringen. Lass dir von einem Mann, dessen zweite Frau drei Pässe auf verschiedenen Namen hatte, raten. Versuche nie zu verstehen, was in einer Frau vorgeht. Warum? Am Ende gelingt es dir. Und das ist ein Erlebnis, das man nur sehr schwer verdaut. Da ist Sammy! Sammy Becklin? Grant Logan, Privatdetektiv. Wieso werde ich eigentlich andauernd verprügelt? Trage ich etwa ein Schild, auf dem steht, scheuert mir ein paar? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Überhaupt nichts. Sammy Becklin hat geschworen zu schweigen. Und er wird sich bis an sein Ende daran halten. Warum haben Sie dann das Buch geschrieben? Auf Wiedersehen. Die Skyline Filmstudios schicken mich zu Ihnen. Sie wollen die Filmrechte an Ihrem Buch kaufen. Wieso Filmrechte? Das blöde Geld interessiert uns überhaupt nicht. Aber uns. Danke, dass Sie uns hierher geführt haben. Halten Sie sich raus, dann passiert Ihnen nichts. Danke für den Rat, ich werde ihn beherzigen, Leute. Los, komm, wir gehen. Hilfe! Mein Vater wird entführt! Hilfe! Die wollen meinen Vater entführen! Helfen Sie uns doch! Hilfe! So helfen Sie uns doch! Mein Vater wird entführt! Also diese Kredithaie... Wie haben Sie mich gefunden? Ein Kind könnte das erklären, so einfach war das. Gott sei Dank habe ich eins dabei. Sie angeln am liebsten Großmaul-Schwarzbarsche. Das erkennt man sofort an Ihren Ködern. Und der Kühlschrank hat uns verraten, dass sie am liebsten scharf gewürztes ist. Wodurch übrigens auch ihr ständiges Magendrücken zu erklären ist. Wer ist das? Das ist mein Lehrling, Derby Winthrop. Er darf mir gelegentlich zur Hand gehen, der Kleine. Der Großmaul-Schwarzbarsch beißt nur, wenn es kühl ist. Das heißt, frühmorgens oder abends. Zu der Zeit müssten Sie am See sein. Und um zum Mittagessen etwas Scharfes zu bekommen, mussten Sie zum Inder gehen. Was anderes gibt's hier nicht. Also mussten wir dann nur auf Sie warten. Und die beiden Schurken auch? Danke vielmals. Clark Loomis und Desmond Grew. Die zwei waren wegen dem Überfall auf den Golden Rail Express im Gefängnis. Dass Sie die zwei erkannt haben. Ich bin nicht blind, auch wenn ich so aussehe. Aha! Ja, ja. Das dachte ich mir doch gleich. Sag ihm, was das bedeutet, Derby. Wir sind ein Schwindler. Alles, was in Ihrem Buch steht, ist gelogen. Das ist ja wirklich die Höhe. Sie werfen mir vor, ein Schwindler zu sein und der Beweis ist ein Dreckfussel. Das hier. Beweis zumindest eins. Sie sind äußerst schlampig. Ja, vor allem, wenn es um Geografie geht. Die brütende Augustsonne leckte über meinen Rücken, als ich mir einen Weg durch den Dschungel bahnte. Jede Schlingpflanze konnte sich als todbringende Mamba entpuppen. Erhebende Worte. Stimperhafte Lügen. Mambas leben nur auf der Südhalbkugel und im August ist da Winter. Es war ein warmer Winter. Oh, Sie sind nicht mehr als ein mieser Betrüger. Mich schüttelt es vor Abscheu. Sie ist strolch, Sie unehrenhafter. Martin McBain ist aber wirklich tot, oder stimmt das auch nicht? Doch. Es hat mich drei Jahre gekostet, bis ich begriffen habe, dass der dritte Mann der Maschinist gewesen ist. Und da war er schon tot. Es war alles umsonst. Der Lösung des Rätsels war ich immer noch nicht näher. Und dann haben Sie das Buch geschrieben und die ganze Welt zum Narren gehalten. Mein Leben ist die Hölle. Ständig werde ich von Verbrechern und Schlägern gejagt. Alle hoffen, ich könnte Sie zum McBain und seinem Schatz führen. Oh, das ist ja furchtbar für Sie. Sie haben mein Mitgefühl. Wiedersehen. Wir können doch nicht gehen. Wieso nicht? Wir finden ihn. Er verpasst mir eine. Fall erledigt. Wir wissen doch nicht, wo das Geld und das Gold versteckt sind. Tja, wir wissen auch nicht, wer Stonehenge erbaut hat. Wieso die Mona Lisa verschmitzt lächelt. Und wie diese kleinen Plastikröllchen heißen, die am Ende von Schnürsenkeln sind. Wir stehen ganz kurz vor der Lösung. Irgendwann reicht's, verstehst du? Detektiv sein ist nicht alles. Ich will morgen für die Rolle meines Lebens vorsprechen. Und auf dich wartet ein Picknick. Hast du das vergessen? Schön wär's. Du kannst hier aber vor deinen Problemen davonlaufen. Das solltest du von dem da lernen. Na Gott. Geschwindigkeit des Zuges. Stärke des Stoffs der Segeltuchtasche. Dann kann das Gewicht der abgeworfenen Beute also nicht größer gewesen sein, als... Na also. Was ist denn mit dir los? Du solltest um 10 Uhr fertig unten stehen und du hast noch nicht mal deine Schuhe angezogen. Hör mal. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Mom. Mein Aufsatz ist immer noch nicht fertig und... Na ja, morgen ist schon die Abgabe. Also müsst ihr das Picknick wohl ohne mich machen. Du meinst bestimmt den Aufsatz über das parlamentarische System. Ja. Das ist ein echt schweres Thema. Und was ist das hier? Das parlamentarische Regierungssystem von Ripley Hilliard. Ähm. Meine Notizen. Glaub mir, er ist überhaupt nicht so schrecklich, wie du denkst. Du musst ihm nur eine Chance geben. Also, wenn die Hilliards nicht zum Picknick kommen, dann kommt das Picknick eben zu den Hilliards. Bitte verzeih uns, Fred. Ähm, das ist Ripley. Ripley, das ist Fred. Ich freu mich. Hallo. Ripley wollte sich in diesem Moment seine Schuhe anziehen. Nun, ähm, ich glaub, der Himmel zieht sich gerade zu. Wollen wir das Picknick vertagen? Im Ernst? Hey! Als ich ein Junge war, hab ich mich auch für Züge interessiert. Ich interessier mich nur für den Golden Rail Express. Ich fand immer den St. Petersburg Express am tollsten. Den hatte ich als Modell. So, mit Bahnhöfen, Häusern und allem, was dazugehört. Mhm. Aber mein bestes Stück war die Lok. Die war so originalgetreu, dass sie sogar Dampf aus dem Schornstein ausgespuckt hat. Und innen drin stand tatsächlich ein Heizer, der Kohlen in den Kessel geschaufelt hat. Eine Dampflok? Hm. Es war eine Dampflok. Sie hatte auch Laternen vorne. Außerdem hat sie wirklich vollkommen echt gekloten. Sie sind ein Genie. Vielen Dank, Fred. Also, das hätte doch auch schlechter gehen können. Oder? Oh nein, nicht schon wieder. Schlag mich überall hin, aber nicht ins Gesicht. Und in den Magenbeter auch nicht. Ach, das wäre sehr schön, wenn ich mir nichts brechen würde. Wo ist Sammy Becklin? In Westerly. Ich zeichne es auf, wenn Sie wollen. Ich könnte Sie auch hinführen. Wir warnen Westerly. Er ist fort. Sie wissen bestimmt, wo er sich jetzt aufhält. Nein, 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 ich weiß es nicht. Ich würde es Ihnen sofort sagen. Ich würde ihn auch festhalten, wenn Sie ihn hauen wollen. Sind Sie ein Spieler, Mr. Logan? Ich bin dreimal verheiratet gewesen. Dann wissen Sie ja, wie es ist zu verlieren. Doch haben Sie jemals das Gefühl genossen, zu gewinnen? Hat Fortuna Ihnen je zugelacht? Offen gestanden habe ich mich schon oft gefragt, wo die Dame steckt. Vor 30 Jahren habe ich ein Vermögen in Gold gewonnen. Aber jemand hat es gestohlen, bevor ich es an mich nehmen konnte. Ach, wirklich? Na ja, wie gewonnen, so zerronnen. Bedauerlicherweise muss ich mich jetzt verab... Niemand darf mich ungestraft bestehlen, Clark. Ich werde mir mein Geld holen. Bestellen Sie das, Sammy Becklin, wenn Sie ihm wieder mal... ...rein zufällig... ...über den Weg laufen. Oh, selbstverständlich, aber gerne doch. Losfahren. RIP? RIP? Zeig dich, du Schuft. Dann werde ich dich schon. Andernfalls. Ihr Senf ist alle. Was soll das? Was machen Sie hier? Ich esse, wenn auch nicht besonders gut. Der Fisch ist zu alt. Unverschämtheit, raus hier! Von Ihnen kann ich nirgendwo mehr hin. Ich wüsste das schon einige Orte. Ich hatte bis jetzt ein sehr gutes Versteck. Doch dann haben Sie mir dieses Gesindel angeschleppt. Also werde ich jetzt hierbleiben. Kriege ich ein Bier zum Runterspülen? Ich könnte Waldron verraten, wo Sie sind. Und ich könnte Waldron sagen, dass Sie sich die Beute geschnappt haben. Ich könnte, ich könnte... Die Beute finden und diese Geschichte endlich abschließen. Das könnten Sie? Könnte ich? Ich meine, könnte ich. Oder? Na klar, aber zuerst muss ich noch diese Anrufe für Sie machen. Heißt das etwa, dass du die immer noch nicht erledigt hast? Jetzt aber nichts wie ab ans Telefon. Natürlich, Mr. Logan. Und wo ruft er jetzt an? Das würden Sie wohl gerne wissen, hm? Nach jener schicksalhaften Fahrt sollte der Zug außer Dienst gestellt werden. Dank seiner großen Beliebtheit blieb der Golden Rail Express jedoch noch zehn Jahre in Betrieb, bevor er abgeschafft wurde. Der Überfall jedoch ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Ich kenne die Geschichte. Schließlich habe ich das Buch geschrieben, mein Junge. Hier finden wir jedenfalls nichts. Außer der Beute natürlich. Die hat den Zug nämlich nie verlassen. Vollkommen unmöglich. Bei der Fahrtgeschwindigkeit hätte es eine mit Gold gefüllte Segeltuchtasche, die man aus dem Zug wirft, zerfetzt. Und der Inhalt wäre entlang der Gleise verstreut worden. Das ist doch offensichtlich, oder nicht? Aber hier im Zug kann das Gold nicht sein. Wieso nicht? Weil alle Waggons und auch die Lokomotive direkt nach dem Raub untersucht worden sind. Und zwar von Experten. Jeder Zentimeter des Zuges. Sie haben nichts gefunden, genauso wenig wie alle anderen, die seitdem hier waren. Ach so. Und das sagt uns? Dass Sie dummerweise das einfachste Versteck übersehen haben. Das ist ja meine Rede. Klingelt's jetzt? Nein. Zeig ihm, worauf wir gestoßen sind. Es ist da drin. Da drin? Das da, glaubt ihr, ist das geniale Versteck? Während des Raubs hatte der Zug seine volle Reisegeschwindigkeit drauf. Der Ofen brannte auf höchster Stufe. Das Geld wäre verbrannt. Das ist korrekt. Also wieso soll es einer dort hineinwerfen? Die Antwort ist ganz einfach. Er wollte, dass es verbrennt. Er wollte, dass es verbrennt. Welcher Irrsinnige kommt denn auf so eine Idee? Nur ein Bursche, der genial ist. Es war bloß eine rhetorische Frage. Das Geld war McBain völlig egal. Ihm ging es um das Gold. Die Scheine sind verbrannt. Aber das Gold ist geschmolzen. McBain dachte, er bräuchte sich das Gold hinterher bloß zu holen. Aber durch den Raub war der Zug so berühmt geworden, dass sie ihn noch zehn Jahre haben fahren lassen. Wenn ich bedenke, dass dieser arme Teufel ständig weiter Kohlen in den Ofen geschaufelt hat. Jahrelang. Tag für Tag. Immer in der Hoffnung, dass man den Zug verschrottet. Sodass er endlich seinen Traum wahr machen und mühseligst das Gold von den Wänden des Ofens kratzen konnte. Bloß, dass er gestorben ist, während der Zug immer noch im Einsatz und das Gold noch im Ofen war. Und dort ist es noch. Nur, dass es uns beiden jetzt gehört. Wieso, euch? Das hättet ihr wohl gern. Auf das Gold erhebe ich Anspruch. Nicht so hastig. Wir haben 20 lange Jahre im Gefängnis geschmort wegen dem Gold. Darum gehört es jetzt uns. Nichts dagegen. Sie können nicht verschenken, was mir gehört. Es gehört nicht Ihnen, es gehört uns. Augenblick, meine Herren! Ich hab das Gold gewonnen. Und heute werd ich's mir nehmen. Versuchen Sie's. Wir werden ja sehen, wer's am Ende hat. Äh, vielleicht könnten wir teilen. Einigen wir uns doch auf drei Dritte. Kommt nicht in Frage! Schließlich ist man wann 40 Jahre auf diesem Zug gefahren. Und was hatte er davon? Eine Staublunge von der Kohle und eine armselige Pension. Er hat für das Gold geschuftet. Und daher ist es heute meins. Das ist leider falsch. Der Zug und alles, was darin ist, gehört laut Schenkungsurkunde dem Museum. Also gilt das auch für das Gold. Er soll still sein. Hey, hey! Also, das sehe ich völlig anders. Ich hab ein Recht auf einen Anteil. Lasst uns nicht! 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 Sind die alle dahin bestellt? Die und noch andere. Als wir gegangen sind, habe ich gesehen, wie zwei Herren von der Versicherung aus dem nachgebauten Gepäckwagen gestiegen sind, der da rumsteht. Aber was sollte das? Auf die Weise haben wir das Gold nicht gekriegt. Die haben uns doch von Anfang an beobachtet. Egal, was wir getan hätten, das Gold hätten wir auf keinen Fall rausschaffen können. Und du solltest froh sein. So hast du nicht schon wieder eins auf die Nuss gekriegt. Auch wieder aber. Ja, das ist es. Was? Na, das, wie du gehst, so sollte nix Stryker humpeln. Ja? Findest du? Jetzt musst du noch üben, so zu reden wie er. Das ist es. Ist gut. Jetzt, wo der Fall gelöst und die Gangster im Knast sind, sollte ich mich ausschließlich meiner neuen Fernsehrolle widmen. Ja, sehr gut. Hier im Eisenbahnmuseum befinden sich sowohl der Autor Sammy Becklin, der das Rätsel des Eisenbahnraubs gelöst hat, als auch ein Dutzend weiterer Personen, die Anspruch auf das wiedergefundene Gold erheben und deren Anwälte bereits gerichtliche Schritte angekündigt. Na, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, klar, Mann. Wie war das Picknick? Im Grunde fand ich's besser, dass Fred und ich allein waren. Ich hätt bestimmt gestört. Ich bin deine Mutter. Du würdest mich niemals stören. Mütter wissen aber auch, dass ihre Kinder hin und wieder mal in Ruhe gelassen werden wollen, wie andere Menschen auch. Erzählst du mir selbst, wo du heute Nachmittag warst, oder soll ich schnell den Dreck an deinen Schuhen analysieren? Ach, äh, Jeremy und ich, wir... Ach, lass mal. Es ist gar nicht so wichtig. Nicht? Du bist zwar mein Sohn, aber trotzdem hast du, genauso wie ich, ein Recht auf deine Privatsphäre. Danke, Mom. Natürlich interessiert mich, was du so treibst, aber ich brauch ja nicht alles zu wissen. Und du auch nicht. Glaub mir, ich hatte nicht vor, dir etwas zu verschweigen. Ich dachte nur, es wäre besser, mir Zeit zu lassen und meine Gefühle zu überprüfen, bevor ich dir Fred vorstelle. Aber du sagst mir, wenn's was Ernstes ist, ja? Du erfährst es als erster, mein Schatz. Ob es nun mit Fred etwas wird oder mit irgendjemand anderem, ich versprich's dir. Ist es nicht einfach herrlich? Wieso? Was denn? Wir haben einen der größten Kriminalfälle des Jahrhunderts gelöst. Und der gute Sammy Berklin lässt sich dafür feiern. Und Mom ist mit ihrem neuen Freund Fred unterwegs, sodass ich tun und lassen kann, was ich will. Dann hast du ja wieder mal Gelegenheit, andere Leute zu piesacken. Und das Größte ist, ich krieg ne einzumann einen Aufsatz über unser parlamentarisches System. Ach ja? Na, das ist ja fantastisch. Neue Lampe? Hm. Ja, die alte war so funzelig. Da konnte ich nicht mehr vernünftig lesen. Die liest du wohl echt gern, diese Nix-Striker-Geschichten. Schade, dass du die Rolle nicht gekriegt hast. Ach, weißt du, eigentlich war ich gar nicht so wild darauf. Aber die Bücher liest du immer noch? Nein, nein, ich such nur nach der Stelle, wo er zu humpeln und zu lispeln anfängt. Und stell dir vor, ich kann sie nicht finden. Äh, wirklich nicht? Nein, stattdessen ist mir eine andere schöne Stelle aufgefallen, wo der Detektiv seinen jungen Gehilfen enthauptet. Nein!